Hallo meine Lieben, heute habe ich dieses auffällige Punktenagel-Design für euch. Alles was ihr dazu braucht sind Grau, Silber, Acrylfarbe Weiß, dann noch Acrylfarbe Schwarz und ein kleines bis mittelgroßes Dotting-Tool. Ich verlinke euch die verwendeten Produkte wieder unten in der Infobox. Dann kann es auch schon losgehen. Zunächst lackiere ich mir alle meine Fingernägel mit Unterlack und anschließend mit einer Schicht von dem grauen Nagellack. Jetzt nehme ich das Dotting-Tool und die Acrylfarbe Weiß und setze den ersten Punkt oben an den Rand meines Nagels. Dann nehme ich Silber und setze um den weißen Punkt herum eine Punktereihe oder einen Punktebogen und darum dann das gleiche mit Schwarz. Und dann fange ich wieder mit der ersten Farbe, also mit Weiß an, sodass sich die Farben immer wieder weiter wiederholen. Und der Grund, warum ich Acrylfarbe verwende, ist einfach der, dass die Farbe nicht so schnell eintrocknet. Das heißt, dass ich damit viel besser arbeiten kann und das Ganze keine Fäden zieht. Und dieses Punktemuster wiederhole ich dann auf den anderen Fingernägeln immer ein bisschen abgewandelt, das heißt mal von oben links nach unten rechts verlaufend und dann auch mal andersherum, also von unten nach oben laufend zum Beispiel. Zum Abschluss kommt noch Überlack über alle meine Fingernägel, damit das Nageldesign schön glänzt und länger hält. Und so sieht das fertige Nageldesign dann aus, total schön und mal etwas ganz anderes, wie ich finde. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm gern ein Däumchen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr keins meiner weiteren Videos verpasst. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal!